Hi Ladies, Rosi hat mich gebeten für sie ein Outfit zusammenzustellen, was ihren Alter entspricht. Und wie ihr seht, habe ich ihr diesen Gefallen getan. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Wie eben schon erwähnt ist Rosi eine Dame des gehobenen Alters, aber sie fühlt sich nicht so. Und genau auf diesem Gretto sollte ich ihr ein Kleid heraussuchen, was genau das unterstützt. Und wie ihr seht, habe ich ihr hier ein Basler Kleid herausgesucht, was wirklich im Detail sehr schick ist. Denn Rosi wollte auf der einen Seite festlich wirken, aber es sollte auch tauglich für den Alltag sein. Und das macht es natürlich schon ein bisschen schwierig. Und ich habe wirklich schon lange, lange das Auge auf den Markt, die Stilrichtungen, die Trends, die kommen, die gehen. Also ist mir wichtig gewesen, ein Kleid herauszusuchen, was nicht schon wieder nächstes Jahr out ist, sondern was ihr wirklich lange im Kleiderschrank haben könnt und vor allem viel Freude mit. Und mit diesem Kleid könnt ihr wirklich zu 100% sicher gehen, dass es schick, festlich, alltagstauglich und vor allem zeitlos ist. Und ihr seht es ja, der Stoff, er schreit nach Liebe. Denn guckt euch einfach mal diese wunderschönen, floralen, unarmierten Muster um das komplette Kleid an. Es sieht einfach nur herrlich aus. Und es hat noch einen riesen Vorteil, denn wenn ihr so ein verspieltes Muster habt, könnt ihr die ein oder anderen Problemzündchen einfach so wegschummeln. Und wenn ihr jetzt ganz genau hinschaut, seht ihr, dass am Taienbereich, vor allem vorne am Bauch, eine wunderschöne Raffung am Kleid kreiert worden ist, die auch dann den Rock schön fallen lässt und somit gerade am Bauch auch wieder ein bisschen was wegzaubern könnt, was vielleicht zu viel da ist und euch eine wunderschöne Taie zaubert, damit ihr wirklich schick, adrett und elegant wirkt. Das ist doch ein Kleid zum Hingucken, oder? Aber es sollte natürlich auch alltagstauglich sein. Somit ganz wichtig, knielang und die Dreiviertelarme. Und somit habt ihr schon mal ein Kleid jetzt hier, wo ihr wirklich damit glücklich werdet. Und wie ihr das Ganze nochmal toppen könnt und vor allem die Taille, eure Taille nochmal richtig schön heraus holt, verrate ich euch gleich mal den Accessoires. Zuvor komme ich noch zum Schuhwerk, denn zu diesem Kleid würde ich euch einen Pump empfehlen, der sehr bequem und geschaffen ist, wie für dieses Kleid. Denn hier hat sich Paul Green etwas einfallen lassen, was ja wie geschaffen ist für dieses Kleid. Weil erstens bequem, auf jeden Fall. Mit 5,5 cm ist er nicht zu hoch, nicht zu flach. So bekommt ihr einen wunderschönen Fuß und ein ewig langes Bein. Und die Machart von diesem Leder ist ein angerautes Leder, was matt rüberkommt und sich in dieses Kleid wirklich wundervoll integriert. Und die kleine verspielte Schleife oben drauf hat dieses gewisse Etwas. Und damit bekommt ihr, wie gesagt, einen sehr hübschen Fuß, ein sehr langes Bein, wirkt automatisch gleich ein bisschen größer und schlanker. Und das Kleid schreit danach, nach diesen Schuhen. Und damit wir das Ganze jetzt wirklich noch top machen, wie vorhin noch erwähnt, eure Taille ein bisschen näher ausholen, möchte ich Rosis Wunsch auch nachkommen, denn sie liebt Gürtel. Und gerade mit einem Gürtel kann man den Taillenbereich wunderbar nochmal formen. Und da habe ich Rosi und auch euch hier einen Gürtel herausgesucht in einer schönen Kontraste, denn er ist wirklich dunkelbraun, ein bisschen wildledermäßig angeraut an den Seiten und hat hier eine Schnalle, die sehr verspielt ist. Denn an dieser Schnalle, wenn ihr genau hinschaut, sind sehr, sehr viele kleine Blüten mit Ornamenten verziert, was das Ganze ja sehr schick und verspielt macht. Warum aber Taille rausheben? Ganz einfach, das könnt ihr euch einfach merken. Wenn ihr Kontrast im Bauchbereich reinholt, aber relativ schmal gezogen, tut ihr quasi eure Taille optisch stützen und arbeitet somit diese Taille richtig heraus und wirkt gleich mal ein Stückchen schlanker. Aber wichtig, den Gürtel nicht fest drum schnallen, sondern eher locker tragen, sogar teilweise manchmal vorne, dass er einfach wie ein kleines V reinfällt. Und dann habt ihr ein Outfit, was wirklich nach euch reiht und euch haben will. Aber eines war mir noch wichtig, was jede Frau auch immer dabei hat, die Handtasche. Aber es soll eine Handtasche sein, die ja wirklich, und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich dazu passt. Und da habe ich euch hier eine Grätchentasche herausgesucht, die mit einem wirklich schicken Materialmixt daherkommt, denn einmal dieses grobe Leinen mit diesem glatten Kalbsleder verarbeitet, ist wie geschaffen für dieses Kleid. Und es schreit danach, getragen zu werden. Und was ich persönlich ja nochmal sehr, sehr gut finde, ist, dass man als Mann nicht ewig auf seine Frau warten muss, wenn sie in der Tasche irgendwas sucht. Die Tasche hat innen eine sehr schöne Aufteilung, damit ihr nicht mehr ewig euren Schlüssel suchen müsst. Und ich denke, damit hat Rosi und vielleicht auch ihr ein Outfit, was ihr lieben wird. Und wenn ihr wie Rosi so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare, zu was für einer Veranstaltung ihr geht und wie ihr ausseht und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo ganz einfach abonnieren und bekommt in Zukunft solch ein paar wunderschöne Outfits und die zugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal.